Wie schreibst du eine Stellungnahme als Brief? Eine Stellungnahme ist die Begründung deiner eigenen Meinung. Ich zeige dir, wie du das in drei Schritten machen kannst. Schritt 1. Deine These Du hast ein Thema in der Schule vorgegeben bekommen und sollst nun deine These dazu aufstellen. Vielleicht Masken in der Schule. Welche These möchtest du vertreten? Bilde dir eine Meinung und formuliere sie in Briefform. Das kann so aussehen. Einleitung Masken bei Corona Lieber Ulf, ich bin der Ansicht, wir sollten alle vorsichtig sein und Masken in der Schule tragen. Das ist deine Meinung, deine Stellungnahme, deine These. Schritt 2. Begründe nun diese These und das ist der Hauptteil deiner Arbeit, also auch der längste Teil. Sammle Argumente und bringe diese ebenfalls in die Briefform. Nachweislich verhindern Masken eine Ausbreitung des Virus recht gut. Das haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt festgestellt. Sobald die Menschen nachlässig werden, zum Beispiel wenn sie Alkohol getrunken haben und die Masken absetzen, steigen die Infektionszahlen schnell an. Das können wir verhindern. Schritt 3. Ende mit einem Schlusssatz, einem Fazit oder einem Appell. Das ist der Schluss. Ich hoffe, du kannst meine Gründe verstehen und trägst künftig auch eine Maske in der Schule. Deine Sarah. Und so sieht die gesamte Stellungnahme in Briefform aus. Lieber Ulf, ich bin der Ansicht, wir sollten alle vorsichtig sein und Masken tragen. Nachweislich verhindern Masken eine Ausbreitung des Virus recht gut. Das haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt festgestellt. Sobald die Menschen nachlässig werden, zum Beispiel wenn sie Alkohol getrunken haben und die Masken absetzen, steigen die Infektionszahlen schnell an. Das können wir verhindern. Ich hoffe, du kannst meine Gründe verstehen und trägst künftig auch eine Maske. Deine Sarah. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere natürlich unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.